Wunderbar, dass ihr noch alle bunter seid. Der Applaus war bloß ein bisschen spärlich. Gebt dann noch ein bisschen mehr zur Nutzung von 18 Uhr. Ihr solltet, ja, na, hallo Dresden, ihr solltet nochmal alles aus euch herauskitzeln. Denn einmal, dann müssen sie noch 30 Minuten für euch starten. So Freunde, wir hatten einen E-Greet mit sehr netten Leuten, es gab Sekt. Das heißt, die Band spielt jetzt nicht mehr so gut, wie ihr habt, die drei Sätze. Aber es ist auch schon spät geworden. Seid ihr noch ein bisschen bereit für Musik? Dann spielen wir natürlich noch was für euch. Und bevor ihr dann quasi den Top-Hand-Güpf zusammen auskriegen lasst, lasst uns noch mal ein bisschen in die Hüften schwingen. Geht so. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020